Das schmeckt einfach wie Kinder Country. Ihr seht ja diese fette Peanut Butter Schicht. Irgendwie hat das ein bisschen was von Hanuta. Was zum Teufel? Also I'm sorry, aber den kann ich nicht für euch testen. Der sieht schon ziemlich geil aus. Veganes Joghourette. Das ist, glaube ich, wirklich der schlechteste Protein-Angelegenheit. Hello zu einem neuen Video und einem weiteren Protein-Riegel-Taste-Test. Es ist wirklich einfach schon mein 10. Protein-Riegel-Taste-Test-Video. Also einfach absolut crazy. Ich habe nämlich wieder so einige Riegel für euch durchgetestet. Ihr findet in der Infobox wie gewohnt Timestamps. Da könnt ihr vorspringen zu den Marken, die euch am meisten interessieren. Deswegen starten wir auch direkt mit Riegeln aus der Drogerie. Dann habe ich endlich mal MyProtein für euch so ein bisschen durchgetestet. Und dann tatsächlich auch sehr, sehr viele vegane Riegel einfach wieder. Also es kamen wirklich in letzter Zeit so unfassbar viele, Achtung, Spoiler, ziemlich gute vegane Protein-Riegel raus. Das heißt, es ist wirklich wieder für jeden was dabei, wie gewohnt. Meine Wertung ist mit eingeblendet, wo ihr den Riegel kaufen könnt und wie viel er gekostet hat. Und jetzt wünsche ich euch erstmal ganz viel Spaß bei den ganzen Riegeln, die ich so gefuttert habe. Der Power System Latte Macchiato Bar. Mir wurde jetzt schon häufiger mal geschrieben, dass ich allgemein ein paar Power System Riegel testen soll. Wir haben einen 45 Gramm Riegel, 159 Kalorien und 16 Gramm Protein. Und hier sind einmal die Zutaten. Gesüßt mit Maltit. So die klassischen Proteinriegel-Zutaten. Also Kollagenhydrolyseid ist drin, aber nicht als Proteinquelle sozusagen. Wir haben das ja relativ weit hinten stehen. Deswegen wird das da hauptsächlich aufgrund der Konsistenz drin sein. Also es hat auf jeden Fall einen richtig schönen Kaffee-Geschmack. Die Konsistenz ist allerdings nicht so nice. Also es ist halt ziemlich zäh. Also klassisch Proteinriegel-mäßig eben. Ich habe mir da irgendwie was Softeres erwartet. Und wenn einen diese Zäh-Konsistenz nicht stört, ihr seht meinen Zahnabdruck, dann ist das glaube ich auch echt lecker. Okay, das hört sich jetzt so an, als würde es mich massiv stören. Ich finde die Konsistenz jetzt nicht gerade schlimm, aber das ist mir halt schon aufgefallen. So beim Kauen ist das schon echt zäh. Aber wenn man so einen Kaffee-Riegel sucht, dann ist der wohl ganz lecker. Der Lower Carb Bar von Power System, da wurde ich gefragt, ob ich den mal testen kann. Und zwar die Sorte Lemon Cheesecake. Wir haben auf jeden Fall einen 40-Gramm-Riegel, 145 Kalorien und 18 Gramm Protein. Also das sind ziemlich krasse Nährwerte. Also die Kalorien kommen natürlich dadurch, dass es ein kleiner Riegel ist. Aber darauf 18 Gramm Protein ist schon ziemlich gut. Und deswegen schauen wir auch hier mal direkt auf die Zutaten. Milcheiweiß, dann haben wir weiße Schokolade. Und ansonsten gesüßt mit Maltizirup, Sucralose. Riecht schon sehr zitronig. Also der hat auf jeden Fall eine tolle Konsistenz. Ist schön fluffig und schmeckt wirklich nach einem Lemon Cheesecake. Haben die mega gut getroffen, muss ich sagen. Doch, also der ist echt, der ist gut. Kann ich euch empfehlen. Ich habe hier nochmal einen Riegel von Power System. Und I'm sorry, mein Papa saugt gerade im Hintergrund. Ja, ein Lower Carb Bar in der Sorte Karamell Erdnuss. Wir haben 45-Gramm-Riegel, 182 Kalorien und 15 Gramm Protein. Gesüßt wird mit Maltizirup. Ansonsten haben wir hier auf jeden Fall die gerösteten Erdnüsse. So schaut er aus und er riecht nach Snickers. Also den muss ich sagen, finde ich vor allem konsistenztechnisch nicht so stark. Also dieses klassische Proteinriegelzähl. Und dann auch noch hart dazu. Also I don't know. Konsistenz ist nicht so gelungen geschmacklich. Also wir haben schon einen schönen Karamell-Erdnuss-Geschmack. Wir haben ja auch diese krassen Erdnussstücke da oben drin. Man sieht auch die Karamellschicht und so. Aber ja. Ein Riegel von Best Body Nutrition. Ich glaube, ich hatte noch nie was von denen. Ich bin mir nicht sicher. Kommt mir auf jeden Fall nicht bekannt vor dieser Packung. Die Sorte ist Vanilla Caramel. Und hier haben wir die Zutaten einmal. Also ihr seht schon, da ist auf jeden Fall ganz normal Zucker drin. Kondensmilch haben wir drin. Alles mögliche. Palmfett leider auch. Oh, ich sehe gerade weiße Schokoladeüberzug. Ah ja. Okay, für diese kommischen Sprinklteile da drauf. 214 Kalorien und 16 Gramm Protein. Der riecht leider schon so ein bisschen nach diesem künstlichen Karamell. Ja. Ne. Also um ehrlich zu sein. Als ich das so gesehen habe, habe ich mir schon gedacht, wie der so sein wird. Finde ich ehrlich gesagt nicht so. Also das ist nicht meins. Die Schicht da drinnen ist nämlich echt ziemlich hart. Beziehungsweise so richtig zäh. Ansonsten schmeckt der mir irgendwie echt ein bisschen zu künstlich. Der, wie auch immer man ihn ausspricht. Von Applied Nutrition. Belgien Chocolate Hazelnut. Wettzie. Das heißt, wir haben hier kein Kollagen mehr drin. Wir haben einen 50 Gramm Riegel. Oder Viereck. 200 Kalorien und 15 Gramm Protein. Und hier haben wir diese Zutaten dann einmal auf Englisch drauf. Wie gesagt, kein Kollagen. Dafür ziemlich viel mit Soja. Okay, das sieht krass aus. Ich habe Verschiedenes erwartet, aber nicht sowas hier. Irgendwie hat das ein bisschen was von Hanuta. Dadurch, dass das so eine krosse Crunch-Konsistenz hat. Durch diese ganzen Crispys, die da eben unten drin sind. Hat das echt diesen Hanuta Crunch. Um dann noch diese Schokoladenschicht. Und voll nicht das, was ich mir hier vorgestellt habe. Beziehungsweise eigentlich habe ich mir gar nichts großartig vorgestellt. Mich hat nur die Form schon irritiert so. Aber ja, das ist echt mal was anderes. Finde ich irgendwie ganz cool. Ich glaube, eine der wenigen Crespa-Sorten, die ich noch nicht kenne. Moka Chocolate Chip. Das sind die Nährwerte. Wir haben einen 60 Gramm Riegel. 182 Kalorien und 20 Gramm Protein. Also Crespa-typisch einfach. Und hier dann einmal die Zutaten. Auch die sehen mir einfach typisch aus. Wir haben Stücke mit Schokoladengeschmack. Gesüßt wird mit Erythrit hauptsächlich. Stevia haben wir drin. Keksstücke mit Schokoladengeschmack haben wir noch mit dabei. Das liebe ich ja, wenn man da schon diese krassen Stücke sieht. Also erstmal muss ich sagen, dass ich voll überrascht bin von der Konsistenz. Der ist weicher, als ich die Crespa's in Erinnerung habe. Und der Moka, also Kaffee-Geschmack, ist irgendwie kaum vorhanden. Also nur wenn man es weiß, dass es nach Kaffee schmecken soll oder kaffeeartig sein soll, dann schmeckt man es so ein bisschen raus. Aber das ist ja bei Moka eh nicht so intensiv. Aber ich glaube, würde ich es nicht wissen, hätte ich es jetzt nicht unbedingt rausgeschmeckt. Hat eher so eine karamellige Note. So ein bitteres Karamell. Aber ich weiß nicht, kann ich nicht so richtig beschreiben. Schmeckt nicht schlecht, aber ist auf jeden Fall auch kein Favoritenpotenzial. Mein erster Riegel von MyProtein. Ihr habt so häufig gefragt, ob ich auch mal MyProtein-Riegel testen kann. Und deswegen starten wir heute mal mit dem Carb Crusher in der Sorte Caramel Nut. Hier haben wir einmal die Zutaten. Da fällt mir auf den ersten Blick jetzt nichts Besonderes auf. Wir haben Soria Krispies mit drin. Und hier dann die Nährwerte. Wir haben übrigens einen 64 Gramm Riegel. Also nochmal ein bisschen größer, als es sonst so ist. Trotzdem nur 202 Kalorien. 22 Gramm Protein, also gute Nährwerte. Was zum Teufel. Der Riegel ist einfach angeschimmelt. Der ist aber noch haltbar. Also wir haben heute, ihr seht die Videos ja immer später. Heute ist der 27. Februar. Wow. Also I'm sorry, aber den kann ich nicht für euch testen. Und der nächste MyProtein-Riegel. Hi, kurzer Eintub aus dem Schnitt. Ja, das ist tatsächlich diese Person, die ihr im Intro gesehen habt. Allerdings um 24 Uhr, also don't judge. Zu den MyProtein-Riegeln ganz kurz. Ich sage hier der nächste. Und später sage ich dann, dass das mein erster ist nach dem kleinen Fauxpas. Also nicht verwirren lassen. Ich habe da an der Reihenfolge ein bisschen was geswitcht, damit wir gleich mit den ganzen veganen Regeln auf einmal durchstauten können. Ihr werdet ihr sehen, was ich meine. Der Protein-Bar Elite in der Sorte Toffee Vanilla. Auf jeden Fall muss ich hier schon mal sagen, er hat so eine super komische Konsistenz von außen. Also der ist, man sieht es auch so ein bisschen platt gedrückt. Fühlt sich sehr, sehr weich an. Auf jeden Fall Kollagen auch an zweiter Stelle, was ja nicht so optimal ist. Ansonsten haben wir hier Weizenmehl drin. Auch interessant. Angereichert mit Eisen, Niacin, Thiamin. Also ich bin echt sehr gespannt auf diesen Riegel hier jetzt gleich. Wir haben einen 70 Gramm Riegel, 237 Kalorien und 26 Gramm Protein. Also krasse Nährwerte. Und so wie er sich angefühlt hat, so sieht er auch aus. Also ich habe den nicht selber so zerdrückt. Der kam so bei mir an. Beim ersten Reinbeißen habe ich gedacht, wow, mega lecker. Schmeckt super schön nach dem Toffee. Aber je länger man den im Mund hatte und auch drauf kauen musste, diese Masse hier drin ist halt diese klassische Proteinrickelmasse. Also es ist echt, schmeckt einfach nur nach Whey meiner Meinung nach. Und auch so ein bisschen komisch klebrig. Zu künstlich auf jeden Fall. Krasse Nährwerte, aber der Geschmack leidet halt dann auch drunter. Und die zweite Sorte, die ich von diesen Elite Bars habe. Caramel and Hazelnut. Ihr wisst, Haselnuss bin ich Fan von. Und auch hier wieder die Nährwerte. Wir haben wieder einen 70 Gramm Riegel, 244 Kalorien. Und auch hier ein Stück drauf, ich glaube vorne stand es auch, 26 Gramm Protein. 4% geröstete Haselnüsse. Dann haben wir auch wieder das zuckerfreie Caramel. Also der sieht deutlich besser aus. Okay, mag ich vermutlich vor allem aufgrund der Haselnussstückchen, die wir da noch mit drin haben. Auf jeden Fall ist es schon mal lieber als die erste Sorte. Aber auch hier muss ich sagen, schmeckt mir das echt ein bisschen zu künstlich und einfach zu sehr nach diesem krassen Protein. Also man kann es auf jeden Fall essen. Es ist nicht so schlimm. Ich hatte schon schlimmere Riegel. Aber trotzdem irgendwie sehr künstlich, finde ich. Ein weiterer MyProtein-Riegel. Diesmal einer dieser Layered-Riegel. Und ich muss nur mal ganz kurz anmerken, Ich habe die anderen beiden Tage jetzt ja die letzten beiden Riegel gehabt. Und ich hatte an beiden der Tage Bauchschmerzen. Ich weiß nicht, ich habe das echt lange nicht mehr gehabt. Und ich bin auch eigentlich sonst nicht so krass empfindlich. Aber keine Ahnung, mal sehen, wie es mir nach diesem hier gehen wird. Ich weiß nicht, ich wollte es nur mal anmerken. Also ich kann mir schon vorstellen, um ehrlich zu sein, dass es am Riegel lag, weil ich sonst nichts anderes ungewöhnlich gegessen habe. Naja, wir probieren mal diesen hier in der Hoffnung, dass ich davon keine Bauchschmerzen bekomme. Wir haben Soja-Crispies mit drin, also wird hoffentlich einen schönen Crunch geben. Dann sehe ich hier schon Salted Pretzels, da freue ich mich drauf. Und hier dann einmal die Nährwerte. Es ist ein 60-Gramm-Riegel, 230 Kalorien und 20 Gramm Protein. Also ihr seht schon, das sind etwas andere Nährwerte als bei dem anderen Riegel. Beziehungsweise der andere Riegel waren ja sogar 70 Gramm, hatte weniger Kalorien und trotzdem mehr Protein. Aber ich gehe mal davon aus, hier wird eher der Fokus dann auf dem Geschmack liegen. Also so schaut er aus. Vielleicht kann ich das auch ganz gut dann mal mit den Veganern jetzt vergleichen. Ihr seht ja diese fette Peanut-Butter-Schicht und das ist schon sehr geil. Also ich muss auch sagen, hier ist die Konsistenz jetzt mal deutlich angenehmer. Ist ein schöner Geschmack, auch nicht zu künstlich. Wir haben hier unten auch schönen Schoki-Geschmack mit drin. Oben dann die Brezeln drauf. Also ja, doch, der ist lecker. Ich muss aber sagen, irgendwie habe ich den Veganern nochmal einen Ticken leckerer in Erinnerung. Eine weitere Layered-Sorte. Diesmal Cookies and Cream. Kleines Update, von dem letzten Riegel habe ich keine Bauchschmerzen bekommen. Die Basis wird jetzt gleich bleiben. Ansonsten haben wir Dark Chocolate Chips. Sea Salt ist mit drin. 227 Kalorien und 20 Gramm Protein. Okay, ich muss zugeben, der sieht schon ziemlich geil aus. Also der ist lecker. Gefällt mir, glaube ich, sogar noch einen Ticken besser als die erste Sorte sogar. Und ich vermute, es liegt an der weißen Schokolade. Und mein letzter Riegel von MyProtein, da habe ich mir natürlich eine etwas besondere Sorte aufgehoben. Birthday Cake. Auf jeden Fall schon mal ein Low Sugar Caramel Sugar Strings. Das sind wahrscheinlich diese Streusel da oben drauf. 219 Kalorien und 20 Gramm Protein. Also das sieht halt wirklich ultimativ nach Kindergeburtstagskuchen aus. Ist auch lecker. Mir persönlich aber einfach ein bisschen zu künstlich. Kann mir aber vorstellen, dass es einigen schmecken könnte. Und es schmeckt halt auch absolut nicht nach Protein-Riegel. Abschließendes Fazit zu den MyProtein-Riegeln. Ich glaube, die einzigen, die ich mir tatsächlich davon nachkaufen würde, jetzt so rückblickend betrachtet, wären die Veganen. Die hier, die Layered, die sind zwar auch lecker, aber irgendwie nicht so krass für mich, dass ich sie mir nachkaufen müsste. Wisst ihr, wie ich meine? Und bei den Veganen, für vegane Protein-Riegel fand ich die halt schon ganz gut. Sind nicht schlecht. Für mich gibt es aber einfach bessere Riegel. So, nach dem Fail das letzte Mal. Jetzt hoffentlich mein erster MyProtein-Riegel. Und ich habe mir direkt auch einen veganen geschnappt in der Sorte Chocolate Peanut. Das sind einmal die Zutaten. Und ich finde, die sehen irgendwie schon sehr interessant aus. Protein kommt auf jeden Fall aus Erbsen, Reis und Sojaprotein. Ansonsten haben wir hier Toasted Soy Spread. Was auch immer das ist. Also vielleicht einfach wie so ein Sojanuss-Butter. Keine Ahnung, so hört sich das irgendwie ein bisschen für mich an. Dann haben wir Schokolade außenrum. Hier gesalzene Brezeln, 3%. Wir haben einen 60-Gramm-Riegel, 237 Kalorien und 16 Gramm Protein. Allein das sieht schon sehr geil aus. Also vor allem für einen veganen Protein-Riegel sieht man sowas echt selten. Okay, also die Brezeln da oben drauf lenken zumindest ganz gut von der Masse sonst ab. Denn diese Masse hier drin, also das Hauptteil, da schmeckten halt schon dieses vegane, sandige sehr intensiv raus. Also deutlich intensiver, als ich es jetzt bei anderen veganen Protein-Riegeln hatte. Hauptmasse, was das angeht, da gibt es auf jeden Fall bessere. Aber ich finde halt wirklich, wie der Riegel so zusammengestellt ist, ist halt echt mal was anderes. Das heißt, dafür gibt es auf jeden Fall einen Pluspunkt. Aber so an sich, die Masse ist halt echt, ja, jetzt nicht so geil. Und die zweite Sorte, Chocolate Sea Salt. Hier haben wir einmal wieder die Zutaten. Die Basis wird gleich geblieben sein. Hier haben wir jetzt das Karamell. Ansonsten ja auch wieder dunkle Schokolade außenrum. Kakao-Nipz sehe ich hier noch. Und hier dann einmal die Nährwerte. Hier 217 Kalorien und 15 Gramm Protein. Hat hier auf jeden Fall eine bessere Konsistenz. Ist nicht ganz so trocken, sandig wie bei der ersten Sorte. Vielleicht kommt das aber auch durch diese Karamell-Schicht. Bei dem anderen Riegel hatten wir da so eine Peanut Butter-Schicht. Man schmeckt das Salz leider nicht so raus. Ich fand halt die erste Sorte mit diesen Brezelstückchen krasser. Also wenn die da die Konsistenz genauso noch hinbekommen wie hier, dann wäre die erste Sorte mein Favorit. Aber so sind die beide, glaube ich, gleich auf. Ich habe hier nochmal eine weitere Sorte von den MyProtein Vegan Carbcrushern. Und zwar Benoffi. Also Banane, Coffee, glaube ich. Ich habe die Sorte schon ein paar Mal jetzt so generell gesehen, aber noch nie getestet, glaube ich. Ich bin ja nicht so künstlicher Bananen-Fern. Also ich bin dann sehr gespannt. Und übrigens, ich habe die jetzt auch nur, weil ich nochmal eine ordentliche Bestellung gemacht habe mit Proben vom Proteinpulver. Denn ich werde auch einen Proteinpulvertest machen. Also da könnt ihr euch auch drauf freuen. Ist tatsächlich eine Weile her, dass ich meinen letzten Vegan Carbcrusher hier hatte. Deswegen für euch sind die jetzt wahrscheinlich direkt hintereinander geschnitten. Für mich, wie gesagt, ist da ein bisschen Zeit dazwischen. Aber das sind die Zutaten. Chocolate Chips haben wir mit drin. Der Bananengeschmack wird Aroma sein. Ansonsten sind das hier die Nährwerte. 214 Kalorien und 15 Gramm Protein. Yes. Also ich muss schon sagen, der riecht eben schon nach diesem künstlichen Bananengeruch, Geschmack, whatever. Bin ich etwas enttäuscht von. Weil ich fand die anderen ja gar nicht so schlecht. Schaut mal, wie das hier aussieht. Wo ist die Karamellschicht? Und auch das innen drin ist diesmal sehr, sehr pappig, sandig irgendwie. Schon dieser künstliche Bananengeschmack. Also das ist nicht so mein Fall. Und jetzt glaube ich sogar die letzte Sorte der Vegan Carb Crushers. Chocolate Orange. Also Basis bleibt gleich. 10% Karamell haben wir. Orangengeschmack kommt vermutlich aus Aromen. Zumindest sehe ich sonst nichts. Okay. Also ich muss zugeben, sieht irgendwie ganz hübsch aus. Das ist mal was anderes. Ich glaube, ich hätte noch nie so einen getoppten Riegel hier. Und riecht auch schon ein bisschen Schoko-Orangig. Also ich muss sagen, ich bin sehr positiv überrascht hiervon. Weil es kein so krass künstlicher Orangengeschmack ist. Also das haben die irgendwie echt mega gut hinbekommen. Vor allem, weil das ist auch so eine... Also das ist ein leckerer Orangengeschmack. Nicht so dominant auch. Wir haben hier jetzt auch wieder so eine Karamellschicht drin. Die hatte ich im letzten Riegel ja nicht. Obwohl da auch eine hätte drin sein sollen. Den finde ich überraschenderweise sogar sehr lecker. Aber ein bisschen sandig, mehlig innen drin. Aber mal was anderes. Und würde ich, glaube ich, sogar noch mal bestellen. Wenn ich da noch mal bestelle. Achtung, Voice-Over. Es gibt neue Riegel von Rocker Nutrition. Und mein Paket ist angekommen, während ich eine Vorlesung hatte. Ich wollte aber direkt unbedingt testen. Deswegen Voice-Over. Hier haben wir die Nährwerte. Es ist ein 50-Gramm-Riegel, 211 Kalorien. Und 13 Gramm Protein. Und hier einmal die Zutaten. Wir haben auf jeden Fall ganz normalen Zucker mit drin. Das Protein aus Erbsen, Reis, Faberbohnen-Protein. Ansonsten haben wir eben noch den gepufften Hafer mit drin. Werden wir gleich sehen. Reissirup, Kakaobohnen-Stücke. Tatsächlich gar nicht so lange die Zutatenliste. Da war ich sehr überrascht, als ich mir die angeschaut habe. Und ja, vegan. No Way Bar. Und ich habe schon gehört, da kommen bald noch weitere Sorten raus. So sah das Teil aus. Und ich kann euch sagen, das schmeckt einfach wie Kinder-Country. Von mir aus müsste da halt nicht unbedingt Zucker drin sein. Also man könnte da bestimmt noch was an den Zutaten schrauben. Aber ja, ich meine, man ernährt sich ja auch nicht nur von diesem Riegel. Und dann ist das auch okay. Aber, also wirklich, falls ihr nach einer veganen Kinder-Country-Alternative gesucht habt, dann ist das euer Riegel. Und hat eben noch zusätzlich was an Protein mit drin. Also ich fand den, wie gesagt, sehr, sehr gelungen. Und bin sehr gespannt auf die weiteren Sorten, die da noch kommen werden. Ich wurde von euch beauftragt. Also ihr habt mir auf Instagram geschrieben, dass ich die Riegel von Nutri testen soll. Die haben jetzt nämlich neue vegane Riegel. Und daraufhin habe ich mir die mal bestellt. Und werde es jetzt heute mal mit euch testen. Wir haben zwei Sorten. Strawberry Crisp und Almond Choc Crisp. Ich werde, glaube ich, beide direkt mal im Vergleich für euch testen. Weil ich, ehrlich gesagt, auch einfach selber voll gespannt auf beide bin. 50 Gramm Riegel, 180 Kalorien. Und 12 Gramm Protein ungefähr. In der Basis sind die sehr ähnlich. Hier unten haben wir den Strawberry. Da können wir direkt mal schauen. Wir haben auf jeden Fall Erdbeerstücke drin, 2%. Und Erdbeerpulver. Aus Erdbeerpüree ist das. Wird mit Maltit gesüßt. Sirup haben wir drin. Also Isomalto-Oligosaccharidesirup. Und ansonsten kommt das Protein aus Erbsenprotein, Ackerbohnenprotein, Reisprotein, Mandelprotein. Also ich starte mal hier mit. Ist auf jeden Fall schon mal eine dunklere Schoki. Und riecht schon ein bisschen nach Yogurette. Merkt wirklich ein bisschen wie so ein veganes Yogurette. Man merkt schon ein bisschen, dass es vegan ist, finde ich. Also es ist ein bisschen sanniger. Es ist eine schöne Konsistenz. Also so ein bisschen fadschi auch. Und die zweite Sorte, Almond Crisp. Also auch der ist gut. Vor allem, also auf jeden Fall für einen veganen Proteinriegel sehr gut. Hier merkt man, finde ich, nochmal einen Ticken mehr, dass er vegan ist. Also ich finde die Konsistenz nochmal ein bisschen sanniger. Und irgendwie fand ich die Crispies einen Ticken zu hart. Irgendwie haben die mich tatsächlich hier sogar ein bisschen gestört, weil es, ja wie gesagt, einfach einen Ticken zu hart war. Aber sind beide auf jeden Fall mega gut. Also vor allem, wie gesagt, für vegane Proteinriegel. Trotzdem, ich muss tatsächlich sagen, der hier oben mit Strawberry ist mein Favorit. Was ich nicht gedacht hätte, weil ihr wisst, ich bin sonst eigentlich eher so Team Schoki, Nuss und sowas alles. Aber hier, das Fruchtige, finde ich echt geil. Also mir gefällt die Konsistenz da einfach einen Ticken besser. Ich habe hier nochmal einen veganen Riegel von Foodspring. Ich habe ja schon zwei dieser veganen Riegel hier probiert von denen. Haselnuss amaranth und Schoko. Schoko fand ich ja ganz schlimm. Haselnuss amaranth hat mir eigentlich echt ganz gut geschmeckt. Das sind die Nährwerte. Wir haben 60 Gramm Riegel, 199 Kalorien und 18,6 Gramm Protein. Also das ist echt gut für so einen veganen Proteinriegel. Zwei Prozent Chiasam drin. Zitronenpulver auch. Zitronenschale. Also man sieht schon die Chiasam und der riecht auch echt schon gut nach Zitrone. Geschmacklich ist er gar nicht so schlecht, weil es echt einen richtig schönen zitronigen Geschmack hat. Aber die Konsistenz ist wirklich schrecklich. Also man sieht quasi schon, wie trocken der ist. Es saugt einem gefühlt so die ganze Flüssigkeit aus dem Mund raus. Also wie gesagt, Zitrone schmeckt dann richtig schön frisch raus, aber Konsistenz nach. Mal wieder ein neuer veganer Proteinriegel. Und zwar von Pulsin Balanced Nutrition. Ein Peanut Chocolate Riegel. Hier haben wir Zutaten und Nährwerte. Das sind 50 Gramm Riegel, 231 Kalorien und 12 Gramm Protein. Also jetzt nicht unbedingt die besten Werte. Auf jeden Fall schon mal 27% Erdnuss, 6% Erdnussmus, Erdnussmehl haben wir noch mit drin. Gesüßt wird mit dem Naturreismal. Exylit in den Schokostückchen. Agavendicksaft. Der riecht auf jeden Fall schon richtig, richtig schön erdnussig, schokoladig. Also der erste Biss war auf jeden Fall super lecker. Ihr seht auch, wir haben ja echt richtig schön viele Schokostückchen drin. Je weiter man da drauf rumgekaut hat, desto mehr ist irgendwie dieser Erdnuss-Schoko-Geschmack leider verflogen. Aber ich glaube, ich finde den trotzdem ganz gut. Also ihr seht auch, wir haben echt diese krassen Erdnussstückchen da so drin. Wie so gehackte Erdnüsse. Und die Konsistenz ist eben auch nicht so sandig oder so. Also ich glaube, ich finde den ganz lecker. Ist mal was anderes irgendwie. Ein veganer Proteinriegel von Viti. Habe ich noch nie was gehört von der Marke. Ich habe die in einem Online-Shop entdeckt und dachte, kann ich mal probieren. Das sind auf jeden Fall die Zutaten. Das Protein kommt aus Reis- und Erbsenprotein. Ansonsten noch mehr Cashewmus. Gesüßt mit Agavendicksaft. Ah, hier tatsächlich dann auch aus Weizenprotein. Wir haben 48 Grammriegel, 187 Kalorien und 15 Gramm Protein. Jetzt muss der nur noch schmecken. Ich habe es aber gerade schon gerochen. Also es riecht halt echt ziemlich krass nach Erbsen- und Reisprotein. So stellt man sich den typischen veganen Proteinriegel vor. Super hart und sandig und schmeckt einfach nur nach dem Erbsenprotein. Also I'm sorry. Aber der ist überhaupt nicht gut. Das ist, glaube ich, wirklich der schlechteste Proteinriegel, den ich bisher hatte. Ein weiterer veganer Proteinriegel von The Beginnings. Ich kenne die Marke zwar, aber ich wusste nicht, dass sie Proteinriegel haben. Hier ist die Sorte Peanut. Und das sind auch einmal direkt die Zutaten. Ich sehe gerade direkt, wir haben in der Erdnussbutter auch Zucker mit drin. Ansonsten gesüßt mit Datteln und Agaven-Sirur. Protein kommt vermutlich hauptsächlich tatsächlich auch aus den Erdnüssen und eben dem Erbsenprotein, was wir hier noch mit drin haben. Und dann sind das die Nährwerte. Wir haben hier einen 40-Gramm-Riegel. Müsste ein bisschen weniger als 200 Kalorien sein. So 190, keine Ahnung. Und um die 8 Gramm Protein. Und so schaut der aus. Also die Konsistenz ist top. Man merkt auch null das Erbsenprotein da drin. Allerdings hat das so eine komische Süße. Also ich kenne ja sowohl Dattelsüße als auch die Süße von Agaven-Sirup. Aber ich weiß nicht, das hat irgendwie einen ganz komischen Nachgeschmack hinterlässt das. Und mir ist es tatsächlich auch ein bisschen zu süß. Also ist okay. Kann man auf jeden Fall essen. Gibt aber definitiv auch bessere vegane Proteinriegel. Bei Kuru gibt es noch ein paar mehr Nussriegel inzwischen. Beziehungsweise in dem Fall ist es ein Nut Butter Bar, den ich mal testen wollte. In der Sorte Tahin. Wir haben einen 30 Gramm Riegel. Hier nur die Nährwerte auf 100 Gramm. Aber es sind 108 Kalorien und 2,7 Gramm Protein. Also es ist kein Proteinriegel, sondern wie gesagt ein Nuss-Nussriegel. Und es sind tatsächlich auch nur drei Zutaten. Nämlich Daddelpaste, Tahin und glutenfreie Haferflocken. Ich glaube, dadurch müsste das doch auch sehr allergikerfreundlich sein, oder nicht? Weil Sesam ja auch ein... Also Sesam ist ja keine Nuss. Okay, also ich muss sagen, das ist wirklich überhaupt... Ich meine es, ihr wisst, ich bin sonst absoluter Kuru-Fan. Aber das schmeckt irgendwie einfach nur komisch. Also weder die Konsistenz noch der Geschmack überzeugt mich da jetzt besonders. Auch nichts Halbes und nichts Ganzes. I don't know. Ich habe hier nochmal einen weiteren Riegel von Kuro. Diesmal einen Flapjack in der Sorte. Kakao. Also so ein Haferriegel. Das sind einmal die Nährwerte. Wir haben eine 60 Gramm Riegel. Also es sind um die 250 Kalorien. Und ja, etwas mehr als 5 Gramm. Wahrscheinlich so 6 Gramm Protein. Haferflocken. Agavensirup haben wir zum Süßen drin. Dann Cashews. Leider Sonnenblumenöl. Dann Kakaopulver. Dann Kakaokernbruch. Und Salz. So schaut er aus. Ich muss sagen, ich esse so Riegel irgendwie ultra selten. Also ist irgendwie eigentlich nicht so mein Geschmack. Aber ich dachte, wenn Kuro sowas schon mal hat, dann muss ich das doch auch mal testen. Also auf jeden Fall schon mal schön kakaoig. Ich weiß nicht. Also für mich schmecken irgendwie alle Flapjack sehr ähnlich. Einfach eben extrem nach Haferflocken. Irgendwie sind Flapjacks für mich nicht so krass besonders. Was ich hier halt ganz cool finde, ist, dass wir die Nüsse drin haben, wie ihr sehen könnt. Und die Kakao-Nips. Dadurch kommt ein bisschen Crunch zumindest mal rein. Also falls ihr Flapjacks mögt, dann kann ich euch den empfehlen. Dann schmeckt er euch sicherlich. Aber ja, für mich jetzt nichts Besonderes. Ein weiterer Riegel von Kuro. Und zwar die Geile Schnitte. Ich weiß nicht, ob sich der ein oder andere von euch noch dran erinnert. Die hatten ganz, ganz früher schon mal eine Geile Schnitte im Sortiment. Die war aber mit Oblaten. Und die hier ist jetzt mit Schokolade. Ich bin ja eigentlich nicht so der Kokos-Fan. Achso, das ist übrigens ein Kokos-Riegel. Wird eigentlich nur durchs Bild ersichtlich. Ich habe mir einmal wieder die Nährwerte. Stehen mal wieder nicht pro Riegel drauf. Aber sind, glaube ich, um die 150 Kalorien. Und nicht sonderlich viel Protein. Also ein bis zwei Gramm. Und das sind die Zutaten. Gesüßt wird hier mit Reissirup. Die Schokolade mit Kokosblütenzucker. Also super soft innen drin. Ich glaube, bei Bounty, wie gesagt, ich bin jetzt nicht so der Bounty-Fan. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein Bounty gegessen habe. Ich glaube, da ist die Schokolade halt auf jeden Fall anders. Aber ansonsten erinnert es mich schon ziemlich stark daran. Also für alle Kokos-Fans ist das halt wirklich der perfekte Riegel, würde ich sagen. Ein Rue-Bar in der Sorte Coconut. Und diesmal auch Chocolate Covered. Ich hatte ja schon ein paar Rue-Bars. Ich glaube, das müsste bestimmt in einer meiner allerersten Riegeltests überhaupt sein. Weil ich hatte jetzt schon ewig keinen mehr gegessen. Aber noch nie Chocolate Covered. Gesüßt wird mit Reissirup. Ansonsten eben, ja, sehr viel mit Kokos. Wir haben einen 30-Gramm-Riegel. 142 Kalorien. Und 1,7 Gramm Protein. So schaut der aus. Ich habe irgendwie ein bisschen dunklere Schokolade erwartet. In der Kamera sieht die, das ist gar nicht richtig. Aber die ist schon eher heller. Also ist halt wieder wie so ein gesundes Bounty quasi. Wie der von Koro auch. Ich habe die Schokolade von Koro allerdings auf jeden Fall besser in Erinnerung. Also die hier finde ich irgendwie nicht so gut. Schmeckt echt sehr so fettig-kakaoig, wenn ihr wisst, wie ich meine. Und auch ansonsten ist mir das einfach ein bisschen too much Kokosnuss. Ja, ich bin ja nicht so krass Kokosfan. Manchmal mag ich es ganz gerne, wenn so ein bisschen Kokos mit drin ist. Aber hier ist mir das einfach zu viel. Es gibt ein neues Produkt von Lini Spites. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert. Falls ihr den Test damals gesehen habt. In einem meiner allerersten Riegel-Tests habe ich die Lini Spites-Riegel getestet. Inzwischen gibt es ja auch noch die Spress. Die habe ich euch auch schon mal gezeigt. Die liebe ich auch sehr. Aber jetzt gibt es eben auch die Pralinis hier. Ich kenne sie auch schon. Ich durfte nämlich vorab Samples testen. Das war im Januar. Seitdem bin ich nicht mehr in den Genuss dieser Teile gekommen. Ich habe wirklich selbst die ganze Zeit so drauf gewartet. Und there it is. Fangen wir mal hier mit an. Ihr seht die Zutaten. Komplett natürlich gesüßt mit Kokosblütenzucker. Und ansonsten, ja, wirklich top Zutaten. Hier dann einmal die Nährwerte. Also es ist, wie gesagt, es ist nicht wirklich ein Energy Ball oder so. Es ist einfach, es ist geiler als ein Energy Ball. Deswegen der Name Pralinis, der ist berechtigt, sage ich euch. Zwei mal 23 Gramm drin, also da sind zwei Stück drin. Und pro Stück haben wir 106 Kalorien und 2,2 Gramm Protein. Also Sorte Nummer eins. Und ihr seht schon, der Name Energy Ball wäre hierfür einfach eine krasse Untertreibung. Es ist so geil mit dieser Chucky-Schicht außenrum. Dann diese Dattelnuss-Kakao-Schicht. Und dann innen drin die Füllung, Cashew-Füllung. Es ist einfach genial. Und ich glaube, ich mache euch jetzt einfach alle einmal kurz durch. Next one, Salted Peanut. Die Grundzutaten bleiben natürlich gleich. Hier haben wir jetzt aber eben eine Erdnuss-Füllung. Und auch schön Himalaya-Salz. Dann hier wieder die Nährwerte. Jetzt sogar fast 3 Gramm Protein. Boah, also ihr seht ja, die Erdnuss-Füllung fließt da einfach so raus. Deswegen also die nochmal ein Tick besser als Cashew. Dann Hazelnut-Chocolate-Nougat. Das ist die gleiche Füllung wie bei den Spreads. Hier bei Cashew übrigens auch. Hier wieder Zutaten und Nährwerte einmal. Boah, ja, also ich habe hier auf jeden Fall auch die richtige Reihenfolge im Kopf gehabt, was die Geschmäckern geht. Das ist einfach nochmal eine Stufe krasser. Wieso Nutella? Ich sage es euch, es ist der Wahnsinn. Und last but not least, auf jeden Fall nicht, Raspberry Almond Caramel. Wieder die Zutaten. Hier jetzt eben die Cashew-Himbeer-Füllung. Wir haben hier 3% gefühlgetrocknete Himbeeren drin. Und mir läuft ja das Wasser im Mund zusammen. Genau, hier wieder die Nährwerte. 103 Klorien, 1,9 Gramm Protein. Also wirklich genauso lecker, wie ich es in Erinnerung hatte. Wobei ich sagen muss, dass mich Cashew-Himbeer-Chocolate-Nougat gerade voll geflasht hat. Also ich glaube, die zwei stehen doch auf einer Stufe miteinander. Ein Träumchen-Detail. So, ich hoffe, damit bin ich meinen Verpflichtungen hier gut nachgekommen. Indem ich die alle für euch angebissen habe. Und jetzt natürlich aufessen darf. Also ich bin gespannt, wenn ihr die auch mal probiert, welches denn euer Favorit ist. Ich habe da ja auch einen Code bei Lini Spice. Der gilt durchgehend jetzt in der Infobox. Und ich hoffe, ihr kommt auch in den Genuss dieser Teile. Und das war es auch schon. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls es immer noch Rügel gibt, die ich nicht getestet haben sollte. Ich habe ja schon so einige Videos. Schaut da gerne auf jeden Fall erstmal rein. Aber ansonsten, wie gesagt, sehr, sehr gerne. Her mit euren Vorschlägen, Empfehlungen in die Kommentare. Da freue ich mich immer drüber. Ich will ja die Besten für euch rauszuhalten. Ansonsten freue ich mich über einen Daumen nach oben, ein Abo. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.